Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir wieder einen Blick zurück und stellen uns die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Und heute gucken wir gemeinsam uns die Neuzugänge aus dem Oktober 2017 an. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Es waren wohl 15 Neuzugänge, soweit ich das in der Statistik jetzt noch in Erinnerung habe, seitdem ich mir das angeguckt habe, was ja gar nicht so viel war für diesen Monat. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass ich im letzten Jahr im Oktober ja auch eine Woche gar nicht da war, war ich ja im Urlaub gewesen und dementsprechend habe ich halt eine Woche weniger Bücher gekauft. Wobei, nein, ich habe glaube ich tatsächlich am Flughafen auch nichts gekauft, weil es da schon zu spät war. Aber also als ich ankam und auch hinflog, ja, das war es immer so am Abend und ja, zu dem war mir da glaube ich auch gar nicht so nachkaufen, aber ja, ich war einfach urlaubsreif. Aber jetzt gucken wir uns einfach mal an, welche Bücher bei mir eingezogen sind. Zu Beginn des Monats sind, glaube ich, drei Drachenmondbücher bei mir eingezogen. Nimmerland's Fluch von Salome Fuchs wurde von mir gelesen, ist ein bisschen eine bösartige Peter Pan Geschichte. Auch Sternenscherben ist bei mir eingezogen. Es war so ein Paket, ich glaube wirklich mit drei Büchern. Und auch dieses Buch hat mir gut gefallen. Es sind halt leider manchmal doch sehr jugendlich geschriebene Geschichten und man hat manchmal das Gefühl, es wiederholt sich. Die Schöpfer der Wolken von Marie Grassoff fand ich aber sehr, sehr gelungen. Das habe ich in sehr positiver Erinnerung. Das war, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen mit ein kleines Highlight dann aus diesen drei Büchern. Und ja, beim Drachenmond Verlag hat man ja allerlei High Fantasy, meistens Jugend-High Fantasy. Jetzt kommt ja so ein bisschen Romance dazu, was ja nicht ganz so meins ist. Aber diese drei Bücher wurden gelesen. Dann ist von Dan Brown Origin eingezogen, ist das echt schon wieder ein Jahr her. Den habe ich in meinem Urlaub gelesen und ich weiß, dass ich doch ein bisschen enttäuscht war von der Geschichte, weil Robert Lenken nicht so richtig er selbst war, sondern alles einem PC, einer künstlichen Intelligenz im Grunde überlassen hatte. Ja, auch hatte mich das Buch im Urlaub nicht ganz so fesseln können, beziehungsweise waren Dinge im Urlaub einfach fesselnder, wie eben zum Beispiel das Meer, der Strand, die Wellen, die Sonne. Und ich weiß, dass ich den entgegen allen anderen Dan Browns doch relativ lange gelesen hatte. Also relativ lange. Es gab ja auch schon Dan Browns, die habe ich so an einem Wochenende weggesuchtet. Und das Buch kam, glaube ich, ganz pünktlich einen Freitag oder vielleicht sogar noch einen Samstag vorher bei mir an, was mich sehr gefreut hatte, sodass ich direkt im Koffer dann auch mitnehmen konnte. Und ja, es war nicht der beste Dan Brown, zumal er, das ist ja, glaube ich, der fünfte Teil der Robert Lenken-Reihe, da er ja auch einfach den vorhergehenden Teil irgendwie ignoriert, die Dinge, die da passierten. Dann ist von Stephen King Quendys Wunschkasten eingezogen. Das ist ja eine Novelle, die ich wirklich schön fand, gut fand. Aber mein Problem mit Stephen King ist ja immer, wenn die Geschichten zu kurz sind, dann können sie mich nicht ganz so packen und begeistern. Es wird ja jetzt auch, ich glaube, Mitte November wieder so eine Novelle kommen, die irgendwie in diesem Universum umquendys Wunschkasten herum spielt. Das ist ja sehr oft bei Stephen King der Fall. Und auf die freue ich mich schon. Das ist, glaube ich, Erhebung. Und da bin ich sehr gespannt. Ja, das Lied Der Krähen von Leigh Bardugo wurde auch gelesen. Habe ich sehr, sehr geliebt. War wirklich ein Highlight für mich. Ich habe auch Gold Der Krähen schon hier. Allerdings als E-Book, weil ich auch hier den ersten Teil an eine liebe Freundin verschenkt hatte. Und ja, ich fand es toll. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir hatten ja hier die Bande, die im Grunde eine Aufgabe bekommt. Und jeder, der Krähen, muss hier im Grunde seinen Beitrag leisten. Und es war halt schon eine sehr geile Jugend. High Fantasy Story, die ja schon einen speziellen Flair hatte in dieser Welt, die da herrschte. Und das konnte Leigh Bardugo wirklich sehr, sehr, sehr gut rüberbringen. Dann gab es eine Aktion vom Pipa Verlag, bei dem dann auch zwei Bücher von Margaret Atwood eingezogen sind. Tipps für die Wildnis und Gute Knochen. Beide Bücher wurden von mir schon gelesen, waren ja auch E-Books. Tipps für die Wildnis waren, glaube ich, auch Kurzgeschichten. Gute Knochen, glaube ich, war eine reguläre Geschichte, soweit ich mich erinnere. Fand ich beide gut. Ich finde einfach, Margaret Atwood kann schreiben. Dann kam der Track auf Umwegen zur Extremläuferin von Brigitte Welfenberg. Das war eben, ist eine Autorin, die im Grunde ihre eigene Geschichte, wie sie zum Laufen gekommen ist, niedergeschrieben hat. Ich finde sowas immer sehr interessant, was Menschen durch den Kopf gehen, die eben einfach extreme Dinge tun. Und auch hier fand ich es total spannend, wie sie eben zum Laufen kam, zum Extremlaufen, was sie bewegte, durch Wüsten und Savannen zu laufen. Und es motiviert mich nicht zum Laufen, das muss ich ganz klar sagen. Das würde ich mir manchmal erhoffen, aber ich bin überhaupt kein Durch-die-Gegend-Läufer. Ich neige auch nicht zum Joggen oder ähnlichem Spazieren, ja, aber alles andere fände ich extrem. Aber das Buch habe ich in guter Erinnerung. Ja, die Wölfe Kommen von Jeremy Fell wurde auch gelesen. Ich glaube aber nur begonnen und abgebrochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich tatsächlich nur noch sehr vage daran erinnern, was wohl daran lag, dass ich es nicht zu Ende gelesen habe und es mir auch nicht wirklich so gefallen hat. Obwohl der Klappentext spannend klang und auch das Cover irgendwie cool aussah mit dem Schriftzug andersherum. Aber das wurde, soweit ich mich erinnere, nicht zu Ende gelesen, aber gestartet. Und ja, es konnte mich nicht so richtig überzeugen, was ich eigentlich schade fand. Dann wurde, ja, gemeinsam mit ein paar anderen YouTubern Swarm Song gelesen von Robert McCammon aus dem Festa-Verlag. Das war mein erstes Buch aus dem Verlag. Es war eine Wahnsinns-Story. Sie hat mich sehr gepackt, sehr gefesselt. Passt jetzt gefühlt so ein bisschen in meine The Walking Dead-Obsession, wenn man so möchte. Hat vielleicht da schon angefangen, dass ich gesagt habe, Zombie-Apokalypsen sind nichts Schlimmes. Hier wird aber auch wieder das Augenmerk eher auf die Menschen und die Überlebenden gelegt. Und das war einfach vom Schreibstil grandios und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, leider auch, ich glaube nicht zu Ende gelesen, war die Chroniken von Amber, der erste Teil. Das ist, glaube ich, eine vier- oder fünfteilige Reihe. Ich sehe es gerade nicht aus der Entfernung. Und das sollte wirklich ganz, ganz tolle High-Fantasy-Welt werden, wo man eben ja im Grunde auch einen Charakter begleitet durch die verschiedenen Ebenen der Karriere, sage ich jetzt mal, dass ihm hier in der Welt einiges passiert. Leider hatte mir der erste Teil nicht wirklich gut gefallen. Ich weiß auch jetzt, wie gesagt, gar nicht mehr, ob ich den abgebrochen habe oder noch durchgelesen habe und ich immer darauf gewartet habe, dass etwas passiert. Ich weiß, dass mir die Sprache nicht gefallen hat, dass es zu schnell ging, dass kein echtes Wordbuilding da war. Aber so richtig an die Story erinnern, ja, das kann ich da nicht mehr. Das passiert halt bei abgebrochenen Büchern dann durchaus öfter. Dann ist die Gabe der Auserwählten bei mir eingezogen von Mary E. Pearson. Das müsste ja theoretisch der zweite Teil oder der dritte Teil von Zur Kuss der Lüge gewesen sein, die Chroniken der Verbliebenen. Und die Reihe hat mir einfach bombastisch gut gefallen. Also ich habe die ganze Reihe wirklich verschlungen. Ich habe alle vier Bände geliebt und ich fand auch den zweiten wirklich großartig. Und ja, also auch das Cover ist wieder wunderschön. Bei mir ist Teil 2 und 3 gerade in der Ausleihe. Und nur Teil 1 steht hier. Und ja, ich fand die einfach toll. Ich mochte dieses Versteckspiel im ersten Teil sehr, sehr gerne, dass man selbst als Leser nicht so recht wusste, wer ist wer und was passiert hier. Und ich fand dann eben auch schön, wie das einfach so weitergegangen ist. Ich konnte tatsächlich auch was mit der Dreiecksgeschichte so ein bisschen anfangen, weil die eben doch relativ klar war, warum und weshalb und warum mir das so gut gefällt. Und ich merke, dass es hier gerade irgendwie dunkel wird und hoffe, dass das einigermaßen trotzdem geht. Ja, also irgendwie, wenn die Wolken kommen, ist immer schrecklich. Aber ja, eine tolle Reihe, die mir gut gefallen hat. Von Sidney Sheldon ist eine Neuauflage erschienen. Die Diamantendynastie fand ich leider nicht gut. Ich hatte früher sehr viel Sidney Sheldon gelesen. Das ist ja auch der Erfinder von der bezaubernden Genie. Und man merkt hier in der Diamantendynastie, dass einfach der Text erneuert wurde, in eine Neuauflage kam, aber eben nicht verändert, verbessert oder irgendwie auf unsere Zeit gebracht wurde. Was es auch nicht muss. Aber es hatte schon sehr viel 70er, 80er Feeling und hat mir vom Sprachlichen nicht so gut gefallen. Und das war ja auch fast der Grund, warum ich nicht zur Hansen, nein, zur Kliften-Saga gegriffen habe, weil mir die Diamantendynastie nicht so gut gefallen hat. Und wenn ich dann eben einfach so Freunde fragte, gerade die von der Kliften-Saga so schwärmten und ist das so ähnlich? Naja, irgendwie so ähnlich, aber... Ja, Flugangstieben A, der Fitzsack zur damaligen Zeit. Jetzt stehen wir, wenn ich das Video drehe, kurz davor, beziehungsweise wenn ihr es seht, ist wahrscheinlich der neue Fitzsack schon da. War ja ein Thriller, den ich irgendwie nicht so richtig begriffen habe. Also ich glaube, ich konnte das Genie dieses Thrillers irgendwie nicht nachvollziehen. Mir hat er irgendwie nicht so richtig gefallen. Er war irgendwie schon spannend, aber es gab zu viele Erzählstränge, die gefühlt überhaupt nichts mit einem Flugzeug zu tun hatten, ganz zu schweigen mit der Flugangst. Und ich fand hier nicht nur irgendwie den Titel irritieren, sondern eben auch manchmal, wie die Charaktere dargestellt wurden. Und es war nicht wirklich ein Highlight. Also es ist... Ja, ich bin auch tatsächlich kein Fan eigentlich von diesen Verschwörungstheorien, wenn die von Sebastian Fitzsack so ein bisschen kommen. Ich mag das halt eher, wenn es wirklich so ein Psycho-Thriller ist, wo wir einen Täter im Grunde kennenlernen und seine Beweggründe nachvollziehen wollen. Und das finde ich immer ein bisschen gelungener als diese Art. Und ja, das war's jetzt schon. Das waren jetzt die 15 Bücher. Und wie erscheint, habe ich tatsächlich alle gelesen. Was für ein Schnitt. Also ich bin da gerade versprachlos. Also ja, sehr, sehr gut. Also würde ich jetzt tatsächlich einfach sagen, alle Bücher gelesen, 100% Erfolgsquote. Das ist ja ein geiler Monat. Und ich glaube, das hatten wir noch nie, oder? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Oder mal bei einem Monat, wo vielleicht nur 10 Bücher bei mir eingezogen sind. Aber 15 Bücher, alle gelesen, mehr oder weniger noch dran erinnert. Und ja, hat mir gut gefallen. Ja, das war er dann sozusagen schon. Ich finde es ganz sprachlos, dass das tatsächlich so positiv ausgegangen ist. Ja, das war's jetzt im Grunde auch schon. Ja, das waren meine Neuzugänge von vor einem Jahr. Wir werden ja nächste Woche sehen, welche Bücher dann in diesem Jahr, Monat bei mir sozusagen eingezogen sind. Und ich bin natürlich gespannt, ob ihr eines der Bücher, die ich hier gelesen habe, vielleicht schon kennt. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.